Unruhig! Pietro Lombardis Sohn Leano Romeo Zahntschon Es ist eine Überraschung für Mama Laura Maria Rüper, 27. Punkt Die Influencerin ist mit dem Musiker Pietro Lombardi, 30, verlobt und im Januar dieses Jahres kam der erste gemeinsame Nachwuchs auf die Welt. Ihr Sohn Leano Romeo ist der ganze Stolz des Paares. Auch wenn sie ihr Kind nicht ganz zeigen, gibt es trotzdem hin und wieder Einblicke in den Babyalltag. Laura teilt ihren Fans nun mit, Leano kriegt seinen ersten Zahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist nicht nur eine unglaubliche Frau, sondern auch eine unglaublich tolle Mama.